Im heutigen Video mussten wir von meinem Stiebpapa abhauen, aber das nicht alleine, denn ich hatte meine Brüder und meine Schwestern dabei Und wir hatten eine harte Reise, wir mussten aus dem Fenster springen, über Lava springen, über Laserspringen Und wir wurden sogar die Haare abrasiert, mit einem Rasenmäher Also schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende, wenn am Ende ist etwas passiert, damit rechnet keiner Außerdem könnt ihr wie immer Robux gewinnen, und ja, viel Spaß mit dem Video Es geht los und... Hä? Papa, was sagst du da? Hä? Ich bin nicht ein echtes Kind? Kein Ernst? Ich dachte, du wärst mein echter Vater Mein ganzes Leben lang wurde ich also angelogen, ich... Ich hab keinen echten Papa, das war also nur mein Stiefpapa Und das heißt, ihr seid alles nur meine Stiefbrüder und Schwestern? Nee, 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 das stimmt nicht Die Lamy Army sind meine echten Geschwister Ihr seid meine echten Bros und Sisters, okay? Und zusammen werden wir heute von unserem bösen Stiefpapa entkommen Und das Wichtenschreibe, bin erstes Mal hier Und Leute, falls ihr auch mit mir Roblox spielen wollt, dann kommt auf jeden Fall auf meinen WhatsApp-Kanal Oder auch auf meinen Discord-Server Dort habt ihr dann die Chance, mit mir in den Lamy Gaming-Videos zusammen Roblox zu spielen Das Wichtenschreibt, ich liebe dich über alles Ich liebe euch auch über alles Und deswegen gibt es auch ab sofort die neuen Lamy Sonnenbrillen in meiner Roblox-Gruppe Diese Brillen gibt es in verschiedenen Farben, also checkt die auf jeden Fall ab Aber falls ihr keine Roblox habt, naja, dann schaut das Video einfach bis zum Ende, okay? Und das Mädchen schreibt jetzt Ich liebe dich über alles auf der Welt, du bist der Beste Ich bin das allererste Mal dabei Ja! Na gut, dann lass uns jetzt erstmal hier von unserem Stiefpapa ausbrechen Dafür müssen wir erstmal hier vom Fenster Oh, warte mal Er sagt, wie bist du entkommen? Naja, ich bin einfach durchs Fenster gegangen, ganz einfach Wir müssen jetzt erstmal hier rüberklettern Hey, Papa, der Rasen, der Rasen sieht sowieso kacke aus So wie du Naja, wir gehen jetzt einfach mal weiter Also Lamy Army, folgt mir Ich habe auf jeden Fall richtig lange keine Hobbys mehr gespielt Also Leute, falls ihr noch ein paar Hobbys kennt, die wir in Roblox auf jeden Fall austesten müssen Schreibt die Hobbys auf jeden Fall in die Kommentare und dann werden wir zusammen spielen Und wir dürfen auf jeden Fall nicht zersägt werden So, wow, das war knapp Fast hätte ich keine Haare mehr Und Leute, ich liebe meine Haare Und was gibt es hier, ein Katana? Yo, warte mal, ein Katana für 100 Likes? Äh, 100 Roblox meinte ich natürlich, aber 100 Likes hört sich auch gut an Also Leute, lasst mal ein Like da auf Und kann ich mit dem Katana hier irgendjemanden wehtun? Nimm das Und das Und, äh, warte mal Herr, wirklich? Ich kann euch zersägen Okay, Leute, es tut mir leid, das war nicht so gemeint, ja? Oh, na toll Karma Naja, wie auch immer, wir müssen hier über die Lava springen Denn der Boden ist Lava Gehen wir einfach mal weiter hier Und was hat eigentlich unser Stiefpapier in Haus? Yo Gehen wir mal weiter hier Oh, oh Wow, 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 wow Wow, wow, wow Wir sehen hier unten links, wir haben jetzt zwei Werkzeuge von zehn Vielleicht schaffen wir auch alle zehn einzusammeln Oder, kleines Bacon Girl Ähm, oder? Ähm, okay Dann halt nicht Oder so Gehen wir einfach mal weiter Ich hoffe mal, unser Stiefpapa schlägt uns nicht auf den Po, Mann Okay Und ich hoffe mal auch, der Hammer schlägt uns hier nicht auf den Kopf Das wäre nicht so cool Aber wisst ihr, was ich gerne auf dem Kopf hätte? Meine, meine Zwiebel Oh, ihr wisst schon Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner Oh, oh, Mann, oh Sag mal, kennt ihr eigentlich das Lied? Das Dönerlied? Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner Denn Döner macht schöner Das Lied ist schon cool, aber ich kenne ein cooleres Dönerlied Und das geht ungefähr so Hey, Mr. Döner, Mann Ich brauche deine Hilfe, Mann Ich habe Hunger auf einen Döner mit einem Eierer, Mann Keine, keine Filter, nein Ich will auch keinen Burger Eww Ja, Leute, die coolste Musik auf der Welt gibt es auf Spotify Einfach ein Alami suchen Und dann hört ihr die coolste Musik Okay? Okay Ähm, sogar mein Stiefpapa findet die Musik cool, oder? Nö Oder nicht? Naja, ich glaube, wir sollten jetzt endlich mal draußen sein Und das war's mit der Orbi Äh, doch nicht Moment mal, Rasenmäher Auch nicht Ich will keine Glatze haben, na los Ich muss durch Ah, na toll Okay, jetzt aber Oh, oh, oh Und warte mal, sie schreibt Ich heule gerade vor Freude Naja, ich heule, weil ich Äh, hier nicht durchkomme Oh, 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 oh my god Das war knapp Und hier sind jetzt Scheren Yo Wir sollten jetzt auch mal ganz schnell durchkommen Okay, ich möchte auf jeden Fall nicht zerschnitten werden Nicht zersägt werden Nicht zersägt werden Nicht zerasenmähert werden Ähm, ja Wir haben auf jeden Fall noch einen langen Weg vor uns Wie ihr hier oben auf der Leiste seht Also, hier haben wir jetzt ein paar Äh, Pfannenbänder Moment mal Das sind die Pfannenbänder von SpongeBob Hier werden Crumburger gegrillt Äh, warte mal, jetzt im Ernst Hier sind Burger-Palettis Äh, nicht Burger-Pattis Palettis? Palettis? Äh, mal looten Ey, yo, warte mal Die Crumburger drehen sich Hey, Leute Ich bin ein Crumburger Oder nee, ich bin der Lamy-Burger Naja, hier haben wir das vierte Werkzeug Ich hoffe mal, wir haben kein Werkzeug übersehen Ich möchte am Ende alle zehn Werkzeuge haben Hä? Yo, was geht hier ab? Moment mal Ah! Nein! Aua! Was? Er hat mich eingesperrt Ach, kam schon Hä? Finde den versteckten Knopf Okay, Leute, seid mal ehrlich Habt ihr den Knopf schon gefunden? Ähm, oh Ich hab ihn gefunden Naja, so versteckt ist jetzt auch nicht Aber wir haben eine Leiter Okay Und da gehen wir jetzt weiter Yeah Warte mal, der Bacon schreibt Lamy, können wir screenen? Ja, können wir Nachdem ich nichts versäbelt habe Okay, sorry Und ich schalte jetzt nicht nett Also, ganz ehrlich Das ist mir egal Okay, jetzt wirklich sorry Das war nicht so gemeint, Bacon-Girl Bitte, bitte Lass ein Like da, okay? Danke Und die packt jetzt nach Cape Check Yo, warte mal Stimmt Wir müssen den Cape Check machen Fangen wir einfach mal hier ganz links an Und hier hat das Emily Cape Und den Bebe-Merch Und Moment mal Sie hat noch so Katzenhände Und so einen Katzenhut Hä? Wie süß Miau, miau Warte mal Miau, miau Miau, miau Miau, 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 miau Dann haben wir TV-Man Sag mal, was läuft denn da so im Fernseher? Eine Million Herr von Hermes Sie strahlen so hell Äh, ey, yo Mein Musikvideo Sag mal Wo ist aber dein Cape? Er hat einfach so Regenbogen Äh, keine Ahnung Was soll das sein? Naja Sie hat auf jeden Fall das Lamy Cape Äh, nee Warte mal Das Emily Cape Und den Emily Merch in Orange Hä? Wie süß sieht das denn aus? Also ich finde Ihr tragt viel zu selten Den Merch in Orange Ja 10 von 10 Aber wo ist eigentlich dein Merch, hä? Oder dein Merch? Ihr, ihr zwei Bacons Sie schreibt Sorry Ich hab leider keine Robux Und hab leider keinen Discord Und darf nicht kommentieren Und sie schreibt Hab keine Bobux Wisst ihr was, ihr zwei Ihr bekommt von mir heute Eine Menge Robux Und falls ihr Auch ein paar Bubuks Von mir gewinnen wollt Dann schreibt jetzt Euren Benutzernamen In die Kommentare Und mit etwas Glück Also wirklich nur ein bisschen etwas Kleines bisschen Glück Bekommt ihr ein paar Bubuks Und dann könnt ihr euch auch Fresh Merch kaufen Wie er hier Yo Er hat den Lami Merch im Blau Den Mini Lami am Start Äh Moment mal Und natürlich das Lami Cape Aber kommen wir mal zu dir Sie hat Hello Kitty Merch Dein Ernst? Wo ist der Lami Merch? Oder wo ist der Emily Merch? Ja komm schon Und jetzt schreibt sie auch noch Abonniert alle in den Kanal Oder ihr stinkt Naja da hat sie auf jeden Fall recht Aber du Du siehst auf jeden Fall auch Ziemlich Slay aus Lami Merch Mit dem Mini Lami Und das Lami Cape Und was ist mit dir? Aha Er trägt einen Schal Und hat so eine Pyjama Hose Und keine Schuhe Also jetzt mal ehrlich Hättest du wenigstens das Lami Cape So wie sie hier Auch wenn da der Lami Merch fehlt Aber naja Wenigstens Lami Cape Also Leute danke wirklich an Jeden Der etwas von meinem Shop trägt Und wie gesagt Ab jetzt bekommt ihr die Lami Sonnenbrillen In meinem Shop In jenen Farben Also checkt gerne meine Roblox Shop ab Und jetzt geht es weiter Über die Leiter Ähm ja Und wow Alter Das sieht ja mal richtig cool aus Hier mit dem Design Mit dem Laser Also ich muss sagen Die Obbies in Roblox Wären immer cooler Von dem Design Nicht vergessen Leute Am Ende des Spiels Müssen wir auf jeden Fall Gemeinsam das Spiel bewerten Deswegen schaut das Video bis zum Ende Damit wir die Bewertung Von 1 bis 10 da lassen können Bis jetzt ist das Spiel Aber auf jeden Fall Eine 10 von 10 Aber mal schauen Bekommen wir am Ende Auch einen Bosskampf Gegen unseren Stiefpapa Ich habe auf jeden Fall Mein Katana bereit Dann werde ich ihn zersäbeln So wie dich Und dich Okay Leute es tut mir leid Das war nicht so gemeint Wir gehen jetzt wirklich weiter Denn wir sind gerade mal Nicht mal bei der Hälfte Von der Obby Und warte mal Er kommt mit dem Rasen mehr Nein Ich brauche meine Haare noch Bitte keine Glatze Oh nein oh nein oh nein Warum laufe ich so langsam Hä Bin ich am träumen oder so Hilfe Okay da kommt er nicht durch Aber Leute kennt ihr das Wenn ihr so am träumen seid Und ihr müsst so weglaufen Und auf einmal Könnt ihr so So richtig langsam laufen Okay Gehen wir einfach mal weiter hier So So Das Haus von meinem Stiefpapa Ist auf jeden Fall riesengroß Äh Los Aber das sollte kein Problem Für uns sein okay Wir müssen nur nicht Die Augen zumachen Also Nicht so zumachen Weil wir müssen natürlich Ausschau halten Nach den ganzen Werkzeugen Wir haben jetzt 5 von 10 Werkzeugen eingesammelt Und ich möchte natürlich Alle 10 einsammeln Sonst Ähm Sonst Stinke ich Wir haben hier auf jeden Fall Das sechste Werkzeug Sehr gut Und hier ist auch schon Der nächste Checkpoint Also gut Wie wir oben sehen Wir sind jetzt bei der Hälfte Von der ganzen Obby angekommen Aber Was geht eigentlich Bei den zwei Spielern Hier oben ab Warum sind die noch so weit Am Anfang Hä Kommen die nicht weiter Los Leute Behalt euch Ich warte auf jeden Fall Nicht auf euch Der zu langsam ist Der ist Halt einfach zu langsam Wow Okay Wir sind endlich hier oben angekommen Und ganz ehrlich Jemanden werde ich jetzt hier zersäbeln Der ankommt Und Sorry Aber wir müssen auch von neu spielen Äh Ist das Mädchen gerade runtergefallen Naja wie auch immer Gehen wir weiter Und Wow Sind wir jetzt hier gelandet Ey schon wieder hier irgendwo im Haus Und hier unten ist Säure Wow Warte mal Ein Familienbild Oh nein oh nein oh nein Och ich bin so schlecht Natürlich Das war alles nur Wink dir Bacon Und wink dir Und dir Und dir So aufs Bild Komm schnell Leute Schnell 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 Und jetzt einmal hier rüber Oh 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 Und Werkzeug Nummer sieben Ich glaube wir sollten auf jeden Fall Alle Werkzeuge bis jetzt eingesammelt haben Lass wir einmal hier runter Durch die Laser Oh Oh mein Hä Okay Neuer Versuch Hä War ich nicht eben so langsam Ah jetzt okay Ah nicht Die Laser berühren Oh Perfekto Perfekto Na gut Machen wir einfach mal weiter Einmal hier drauf Und 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 hier drauf Nein Okay Leute machen wir einfach nochmal weiter Und hopp 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 Ähm okay Leute ich glaube das reicht Die sind hier oben angekommen Und yo das sieht ja mal richtig gefährlich aus Oh Ach man ey Okay Konzentration Lamsan Ich werde jetzt die Obi schaffen Ohne noch ein einziges Mal zu sterben Okay Leute Versprochen Ich schaff das jetzt Oh du du wirst sterben Also gehen wir einfach mal weiter So Ein Lami Ein Wort Ich werde nicht sterben Ich werde nicht sterben Ich werde nicht sterben Ich werde nicht sterben Bitte Oh hier drauf Oh Oh das sieht gefährlich aus hier alles So Steh Papa Wo bist du hä Äh wo muss ich hin Achso Hallo Und Ciao Bacon Girl So einmal hier drauf Okay nächster Checkpoint Wo muss ich hin Achso Hallo Einmal hier über den Laser Sehr gut Und So Ich hab's auf jeden Fall richtig vermisst So Hobbys zu spielen Und wirklich Leute Versprochen Jetzt bin ich wieder zurück auf diesen Kanal Und werde mit euch gemeinsam die coolsten Roblox Hobbys spielen Also falls ihr diesen Kanal immer noch nicht abonniert habt Worauf wartet ihr eigentlich hä Jetzt mal im Ernst Stinkt ihr oder stinkt ihr Nein Ich glaube ich stinker So hier lang gehen Okay 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 Und Warte mal ist das nicht meine Stiefmama Ähm Keine Ahnung Naja Was passiert hier eigentlich Wir müssen hier auf jeden Fall den Knopf drücken So Aha Wir müssen alle Knöpfe drücken So Knopf Nummer 2 Da fehlen noch 2 Einmal hier Okay 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 Wir aktivieren die Laser Und Skibbing Wow Wow Bekomme ich jetzt Superkräfte Leute Ich bekomme jetzt Superkräfte Glaube ich Oder Ähm Was passiert hier Warte mal Hä wirklich Ich hab Superkräfte Jo Leute Seht ihr diese Aura von mir Ich hab plus 1000 Aura So und hier ist auch schon mein Stiefpapa Und wir bekommen jetzt den Endkampf Hahaha Leute die Kampfposition ist drin Ah Was wirft ihr da bitte auf uns Feuerbälle Warte mal ich habe Ich habe Blitze Ich bin Blitzman Nimm das Und das Ich dachte du wärst mein echter Papa Aber hier hast du mich die ganzen Jahre nur angelogen Du Mit deiner Halbglatze Wow Wow Warte mal mit dem Laser habe ich jetzt nicht gerechnet Oh Leute kein Problem Wir schaffen das easy peasy Lemon squeezy Und Hä Haben wir Haben wir gewonnen Was passiert hier Hallo Was ist passiert Hä Was passiert hier Ich kann mich nicht bewegen Hä Warum Hä Was passiert hier Irgendwas ist kaputt Mit der Obi Irgendwas stimmt hier nicht Leute Die Obi ist kaputt Hä Was geht hier ab man Ich sehe den Stiefpapa nicht mehr Der ist weg Hallo Also wirklich Irgendwas stimmt hier nicht Ich muss mich nochmal zurücksetzen Okay Hä Also jetzt mal im Ernst Die Obi ist kaputt gegangen bei mir Leute Die Obi geht nicht mehr Ich kann auch nicht runterspringen Ich kann mich nicht zurücksetzen Ich kann gar nichts machen Och man Leute Warum habe ich immer so Pech Mann Das war so klar Also jetzt im Ernst Ich stecke hier fest Die Obi ist einfach bei mir kaputt gegangen Und da schreibt jemand in den Chat Das hilft mir jetzt auch nicht weiter Leute Was soll ich machen Och man Die Obi war so gut Und jetzt ist die kaputt Nö Die Obi bekommt null Punkte von mir Und das kurz vor dem Ziel Hä Ist das dein Ernst Ich kann mich nicht zurücksetzen Oder Ne Das geht nicht Das war es mit mir Leute Die Obi Ich kann das nicht mal weiterspielen Ich werde die Obi bestimmt nicht Von komplett neu anfangen Also ja Kommen wir jetzt einfach mal Zur Bewertung vom Spiel Also im Ernst Das Spiel hat richtig cool angefangen Das Design vom Spiel ist super cool Und diese Zwischenanimationen Sehen auch immer richtig richtig cool aus Aber Leute Die Obi ist jetzt einfach am Ende Bei mir kaputt gegangen Also Ja Zwei Minuspunkte Deswegen bekommt die Obi von mir Eine 7,5 von 10 Schreibt eure Bewertung Jetzt auch gerne in die Kommentare Vergesst auch nicht Euren Roblox-Bundesternamen Dazu zu schreiben Ich kann die Obi jetzt leider nicht Bis zum Ende durchspielen Aber naja Wenn ihr wollt Dass ich nochmal eine Obi spiele Dann schreibt gerne rein Welche Obi spielen soll Aber ich kann auch gerne Noch einen Simulator spielen Oder einen Tycoon Oder ein Roblox-Horror-Spiel Leute Ich spiele wirklich alles Was ihr wollt Deswegen lasst ein Like da Abonniert den Kanal Und jetzt könnt ihr die letzten Zer-Videos abchecken Und ja Bis zum nächsten Mal Tschaui 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 Tschaui